Die Nummer 6 ist Daniel Rupp, die Nummer 7 Lukas Klauch, die Nummer 8 Berinder Groß, die Nummer 9 Nils Brunfeld, die Nummer 10 der Mannes Meier, die Nummer 11 der Rhein-Pierre, die Nummer 12 Manuel Hecht, die Nummer 13 der Julian Schawa, die Nummer 14 Flavian Wieslaut, die Nummer 15 Niko Bielewetsch, der reiner unserer beste Michael Möller.